Herr Lindner, wieder nichts, Minister. Spahn ohne Plan, Ankündigungsminister. Also Jens Spahn hat sich viel Häme gefallen lassen müssen in den letzten Tagen, zu Recht? Ja, es ist schon bezeichnend, dass der eigene Koalitionspartner SPD jetzt Häme über dem Gesundheitsminister ausgießt, von Ankündigungsminister spricht. Ich weiß nicht, ob das der Regierungsstil ist, der uns im Land in dieser Situation hilft. Richtig ist aber, dass vieles offen geblieben ist. Es scheint keine klare Strategie zu geben, immer noch nicht. Und bei den Schnell- wie den Selbsttests droht sich jetzt zu wiederholen, was wir schon beim Impfen gesehen haben, dass uns nämlich andere den Rang ablaufen. Für mich ist eine große Frage, warum in Österreich und in Dänemark diese Tests bereits Praxis sind. Warum wir uns nicht einfach daran orientieren, was unsere europäischen Nachbarn erfolgreich machen, statt selbst eine Strategie zu entwickeln, die dann auf sich warten lässt. Da sagt der Minister gerade dazu, zu dem Thema, ja, ich will ja Tests haben, Selbsttests haben, wovon ich weiß, dass die dann auch funktionieren. Sie sollen zumindest für jeden normal begabten Menschen sozusagen zu 80 Prozent sicher sein, auch von der Handhabung. Und das ist einfach, muss durchgetestet sein, muss gewährleistet sein und in Österreich wird das anders gehandhabt. Da sagt der Hersteller, ja, das funktioniert und das reicht dann dem Bundeskanzler in Österreich. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Immerhin haben wir dann schon etwas in der Praxis. Vielleicht liegt da genau ein Problem, dass wir in Deutschland versuchen, alles vom Ministerium genau bis ins Letzte zu planen. Und dann überholen uns andere einfach vom Tempo. Also zumindest in einem ersten Schritt, um überhaupt mal in die Praxis zu kommen, zu sagen, eine Zusicherung des Herstellers reicht uns aus für eine vorläufige oder eine schnelle Zulassung. Das wäre für mich schon ein Schritt unternehmerischen Handelns. Lieber sehe ich einen Minister, der schnell entscheidet, Dinge in die Praxis bringt und dann justieren wir nach, als dass wir wie beim Impfen zu lange warten. Dann sind nämlich irgendwann die sozialen und wirtschaftlichen Kosten der Krise viel zu hoch. Gerade beim Impfen und gerade bei den Tests müssen wir einen anderen Umgang im Projektmanagement haben. Nun hat man ja den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin auch dem Gesundheitsminister in die Parade fährt. Und was heißt das jetzt tatsächlich für die Pandemiebekämpfung, also offensichtlich auch diese unterschiedlichen Herangehensweisen? Also Ihr Eindruck ist richtig. Ich teile Ihnen, die Kanzlerin zieht immer mehr Ansicht. Die gesamte Krisenstrategie wird inzwischen im Kanzleramt geprägt. Frau Merkel ist sehr einseitig festgelegt auf das Prinzip, wir bleiben zu Hause. Sie spricht zwar jetzt von Öffnungen, aber unter Bedingungen, das ist de facto nur eine andere Sprache. Man spricht über Öffnung, aber die Bedingungen sind so drastisch, dass eigentlich auf längere Sicht überhaupt nichts an der jetzigen Situation verändert werden kann. Und auch, dass sie jetzt den Teststart verschiebt, deutet in die Richtung, dass alle Möglichkeiten, mehr gesellschaftliches Leben zu eröffnen, für Frau Merkel jedenfalls nicht oberste Priorität haben. Zu gespitzt formuliert, glauben Sie, dass also der Ansatz, die Teststrategie zu verbinden mit der Öffnungsstrategie, also am 3. März, wenn die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin wieder sich zusammenschalten, dass das sozusagen für die Bundeskanzlerin der Weg ist, die Daumenschrauben anzuziehen und den Weg Richtung Lockerungen eher noch schärfer zu machen, also ganz im Gegenteil, es nicht zu ermöglichen, sondern eher zu verunmöglichen? Mindestens ist das die Folge. Wenn man zu Recht sagt, Öffnung und Teststrategie gehören zusammen, wenn man das zu Recht sagt und dann die Teststrategie immer weiter verzögert, dann ist die Folge, dass nicht geöffnet werden kann. Vielleicht ist das auch die wahre Motivlage. Wir haben ja Indiskretionen aus den Gremien der CDU und CSU in dieser Woche gehört, dass gewarnt wird vor jeder Lockerung. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich war gestern in Baden-Württemberg unterwegs in einer Gemeinde mit deutlich unter 20 Neuinfektionen in der Woche. In Schweinfurt waren am Sonntag elf Neuinfektionen in der Woche pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen. Trotzdem steht da alles dicht, ist den Menschen nicht vermittelbar und der soziale Schaden, der wirtschaftliche Schaden, der da entsteht, der steht in keinem Verhältnis mehr zu den Erfordernissen des Gesundheitsschutzes. Untertitelung des ZDF, 2020